In diesem Video erfahren Sie, wie man Kopf-Flaus-Eier und Nissen behandelt. Ist ein Ei mehr als 3 cm vom Haaransatz entfernt, dann ist das nur ein kosmetisches Problem und kein Grund zur Sorge. Es handelt sich um ein abgestorbenes oder leeres Ei. Leere Eier nennt man Nissen. Der Unterschied zwischen einem Ei und einer Nisse ist mit bloßem Auge schwer zu erkennen. Haben Sie bei der Kontrolle Eier oder Nissen nah am Haaransatz gefunden, müssen die Haare 3 Wochen lang regelmässig kontrolliert werden. Das regelmässige Kämmen ist wichtig, um sicher zu sein, dass keine Laus auf dem Kopf ist. Führen Sie die Läusekammkontrolle im nassen Haar mit Pflegespülung am 1., 3., 7., 10., 14. und 21. Tag durch. Kämmen Sie dabei immer Strähne für Strähne, vom Haaransatz bis zu den Haarspitzen. Sind sehr viele Eier und Nissen vorhanden, kann in der Apotheke oder Drogerie ein spezieller Nissenkamm gekauft werden. Wenn Sie nur wenige Eier und Nissen gefunden haben, können diese mit Daumen und Zeigefinger vom Haar abgezogen werden. Sie können Kopfläusen auch vorbeugen, indem Sie lange Haare regelmässig zusammenbinden, alle zwei Monate die nassen Haare mit einem Läusekamm kontrollieren und ebenfalls eine Kontrolle nach den Schulferien durchführen. Hier finden Sie noch weitere Videos zum Thema Kopfläuse, die Sie interessieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!